Schönen guten Tag meine Damen und Herren, das ist ein sehr historisches Video, warte. Ändert nichts am Bild. Nein? Super dreckig, aber legt mich voll ab, ey. Auf jeden Fall werden wir gleich ein Fahrzeug mit einem Hänger hinten dran hier auf den Hof kommen fahren sehen. Der Auto von uns mitgenommen hat, das jetzt wieder zurückkommt. Es gab einen WhatsApp-Verkehr, sein Vater, weil es gab Probleme bis zum Umfallen, die werdet ihr mir gleich beschrieben bekommen, denn unser 500e, ja wir haben ein 500e Projekt, für die, die neu beim Kanal sind. Ja, wir machen ein 500e Projekt schon. Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen und seit sehr, sehr langer Zeit machen wir dieses Projekt und es ist wirklich das nervenraubendste Scheißprojekt dieser Welt, weil es wirklich, das Endergebnis müsste toll werden. Hat es denn was mit dem Bearbeitenden zu tun oder diese Verzögerung? Das will ich mir gar nicht fragen. Er kriegt gleich Jalla, kriegt der. Könnte eventuell auch sein. Nein, er war krank zwischendurch auch und da war echt viel los. Er ist ja ein sehr, sehr süßes Mäuschen und ein sehr, sehr lieber Kollege. Er ist auch wirsch so ein bisschen. Ja, der ist hart wirsch. Also du musst dir vorstellen, da ist so eine Kühlschranktür, der hat weggeguckt und ein anderer hat so eine Kühlschranktür so mit vollem Wumms so aufgeschlagen und dann war sein Gesicht dazwischen. Aber dazu war es auch noch mal so krank. Zu auch noch mal. Also der Typ ist, irgendwann mal ist der ganz hart abgebogen. Also der ist wirklich mal ganz hart abgebogen. Auf jeden Fall kommen wir auf den Hof drauf und dann sehen wir dieses Auto wieder. Und dann müssen wir mal langsam richtig in die Gänge kommen und Gas geben mit dem Projekt. Und dafür haben wir auch was gekauft. Ich entkleide dich mal eben hier. Danke. Die Gria wird hier gehandelt in der Firma wie Gold. Du bist unser Baby. Also, wir haben einen zweiten 124er gekauft. Und zwar den hier. Für ein Appelt und ein Ei. Der ist von innen, wie man sehen kann, ganz gut. Und grün. Unser wird auch von innen, grün. Ich weiß. Du guckst mich schon wieder an. Really? Ja, also ich habe gelernt, ich warte auf das Endprodukt, bevor ich das sage. GTR ist fett. Ich habe noch nicht gesehen. Brudi. Okay. Also, das ist unser Auto, wo wir, wir haben auch noch einen zweiten Kabelbaum gekauft, weil dieses Auto, was jetzt gleich auf den Hof kommt, ist einfach ein Haufen Scheiße. Ja? Der Zustand ist einfach komplett Müll. Und wir müssen jetzt aus diesen ganzen Komponenten, die wir haben, ein gutes Bauen. Was von dem, dann den Kabelbaum von dem, Knöpfchen von dem, Teppich von dem. Und der Teppich ist ein riesen Problem, weil unsere Mittelkonsole ist ja viel höher gekommen. Ja, die ist ja gar nicht mehr so flach wie da. Na, ich setze mich mal eben. Komm, wir setzen uns mal rein. Ja, sagst du nichts, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Abgesehen, dass der Sitz ein bisschen hoch ist, ist das echt ganz geil. Richtig, richtig geil. Also wirklich, wirklich schön. Finde ich. So, unsere Mittelkonsole, würde ich sagen, ist ungefähr auf dem Level hier. Die Idee, die ich habe, ist, dass wir jetzt hier zwischen dann das wegsägen, das mit Leder beziehen und dann halt diese Sägstelle so ein bisschen verstecken können. Und unser Aschenbecher wird sich dann verpissen, weil, who needs the Aschenbecher? Ja, schnelles Auto. Ja, genau. So machen wir das immer. Das ist unser Auto, wo wir halt einmal ein komplett zusammengebautes Auto haben, weil wir müssen auch zugeben, wir mussten so viel schweißen, so viel machen, so viel rausruppen, dass wir auch relativ viele Sachen nicht mehr wissen, wo die genau hinkommen. Das meiste schon, aber es ist gut, ein gutes Auto zu haben, in einem guten Zustand, so ohne diesen Wasserschaden, den wir unten in dem Auto hatten, in dem 500er. So, das heißt, das wird auch unser Innenraumbasis sein. Und der hat gekostet, glaube ich, 2.000 Euro oder sowas. Fährt der denn? Oder ist der gut? Ja, Mann, der fährt, richtig. Okay, ja, nee, das lassen wir, sonst kriegen wir wieder Ärger. Naja, nee, also ich würde ihn auch verschenken vielleicht, ohne Innenraum und so. Aber wenn einer ein Auto hat, was Rostproblem oder was wirklich Probleme hat, go for it, man. Also gerne. Wenn wir damit fertig sind, können wir den gerne abholen. Das ist ja mit Versteigern für einen wohltätigen Zweck. Können wir auch machen. Ja, genau. Ich muss sogar sagen, ich bin die Türtafel eigentlich ganz sexy. Auch so, wie sie ist, weißt du, mit dem Stoff hier. Das ist halt hart Rentner auch, ne? Irgendwie. Ja, ein harter Rentner V12 handgeschaltet. Ja, das passt dann nicht mehr so. Genau, das ist ja gerade geil. Ja, auf jeden Fall, das ist unsere Basis für wirklich günstig Geld von einem alten Herrn, der ist, glaube ich, zweite Hand oder sowas. Also geliebt. Ja, ich glaube, wir haben auch nicht gesagt, was wir damit noch vorhaben. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Wo ist der denn? Sollen wir warten, bis der da ist? Nein, der müsste jetzt um die Ecke kommen. Da ist er! Oh, Junge. Süßkartoffel da. Na, alles gut? Wie geht's dir? Du kannst lachen. Ja, klar. Und dir mal. Gut drauf? Klar. War nicht. Ah, nee. Du warst auch ein, zwei Mal nicht so gut drauf. Da warst du schon echt nicht fit, ne? Hat sich echt umgestallert. Ja, ja, das stimmt. Hast du gemeint, wegen Koroni? Ja, wegen Koroni. Auf was Geiler von 1 bis 10. Wie schwer? Boah, es war schon, also schwer aufwendig. Also ich würde schon sagen, so 12. Also es war schon echt nervenmäßig. Also nervenmäßig war das schon echt alles, was geht. Also auf Schwede. Mit Ausbau? Du musst ja immer wieder als Einwand ausbauen, ne? Mit dem Lenkgetriebe. Du hast den Wagen abgeholt, glaube ich, da war noch, da hab ich noch Wann-Ausbaum stehen gehabt. Okay. Nein. Also, ich hab dir das erklärt. Nein, ich will nur ein bisschen ärgern. Ja, ich weiß. Nee, aber drei Monate? Ja, ja, drei Monate. Guck mal, da war ja die Kacke mit den Amis, mit den Sammlern. Ja. So, dann haben die ja gesagt, haben sie geschickt. Ja. Dann haben sie erst einen Monat später geschickt. Ja. Ja. Und dann hab ich Corona gehabt. Hast du wirklich gehabt? Ja, ja, wirklich. Also alles, was geht. Also in den Spannachrichten hast du gedacht, ich muss gar nicht ein Beatmungsgerät darüber schicken. Ja, das war schon echt, das merke ich immer noch. Ja. Also ich bin allgemein nicht der Sportlichste, ne? Aber, ja, du brauchst mir nichts erzählen mit deinem komischen Joggen da, zwei Minuten. Da kannst du nichts gegen sagen. Nein, 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 nein. So lasse ich mich nie anfitten. Ey, ohne Scheiß, ne? Meine Fitness-Fähne, dass ich gerade machst. Echt? Ja, ja. Gestern. Ich war gestern schon eine Minute schneller auf meiner Strecke als davor. Und das dritte Mal Joggen hast. Ich bin auch schon bei McFit angemeldet seit sieben Jahren. Merkt man, ne? Ja. Gutes Befehl an mir. So, komm, holen wir raus. Ganz ehrlich, ich habe das Auto von so lange nicht mehr gesehen, ne? Falsche Auto wahrscheinlich gebracht. Ja. Amando, komm nicht hier hin. Ich habe immer an den Krümmer nur gedacht, so, aber ich habe vergessen, wenn der Wagen kommt, stehen wir genauso scheiße da wie vorhin. Boah. Der Fett noch morgen. Ach, die Fresse, ey. Ich bin auch jedes Mal so froh gewesen und dachte, geil, du musst nur Krümmer machen. Ja, ja, ja. Und das war schon alles, was geht scheiße. Ich bin ein bisschen in Erinnerung gehabt. Ja, komm, wir holen den mal runter und gucken uns mal den Krümmer an. Und dann haben wir eigentlich nichts gekonnt, weil dann geht die Scheiße erst wirklich los, alter. Ja, geil. Da kann man noch ein Stückchen von wegnehmen. Ja, klar. Ja, klar. Dass wir wirklich schön unter dem Auto nachgehen. Genau. Vorwand dran feiern. Geil. Ist doch schon geil, oder nicht? Ja, ist schon ganz gut geworden, ja. Also, wenn ich geklappt habe, ist wirklich verrückt. Genau, wirklich. Aber das war wirklich, alter, die Nerven. Teilweise hätten mich Leute angerufen, ich wäre so ausgerastet, weil ich so schlechte Laune hatte. Es ist ja teilweise so eng. Wir sind auch gespannt, ob es dann klappt, wenn er läuft, ne? Genau. Also, wenn er warm wird. Weil wir haben sehr lange Rohrführungen, dünne Rohre, die wirklich extrem Hitze aufnehmen werden und extrem viel länger werden. Ob die dann auch noch immer so passen. Genau. Das werden wir dann gucken müssen, aber dann müssen wir dann, müssen wir hier... Obwohl wir noch einen Halter machen an den Sammler, den du irgendwie ans Getriebe schraubst. Ja, so einen Scheiß. Weil die Vibration, ob die in den Motor gehen, ist ja egal. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich wusste jetzt nicht, wie das Getriebe sitzt und so einen Kack. Deswegen konnte ich da jetzt noch keinen Halter mehr verringen. Ja, ja, ja. Augen von hinten in Zustand. Super. Beste Basis. Das ist ein Projekt. Genau so startet man das. Starten? Ja, wir starten. Wir sind im August, ne? Wir sind fast fertig. Dann haben wir angefangen im Januar, ne? Auf Februar? Ja, irgendwie so. Boah, Krämo. Richtig. Das nächste Projekt, was wir je gemacht haben. Ja, das glaube ich. Und, 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 und. Und wir sind an dem Punkt. Das muss man mal überlegen. Ach, da filme ich mich jetzt. Das wollen die Leute nicht sehen. Alter, ey. Der kommt jetzt. Alles gut, alles gut. Passt, passt, passt. Wie oft hast du rein und rausgebaut? Zwölfmal, irgendwie so. Zwölfmal? Ja. Wegen zwölf. So, der Trick ist jetzt wie folgt. Die V-Bahnstelle? Die lösen. Die lösen, damit man das Lenkgetriebe... Also erstmal unten den Sammler abziehen? Den Sammler muss ein bisschen... Das ist vielgefummelt? Ja. Dann die raus? Weil die ist ja an den Dreier verbunden. Viel, viel gefummelt? Ja, es geht. Also jemanden, der an die schraubt, der wird... Das ist ja quasi, wir haben ja quasi jetzt ein Lenkgetriebe eingemantelt... In den Krümmer. In den Krümmer. In den Krümmer. Das Lenkgetriebe ist hier und alle sechs Zylinder müssen einmal so machen. Ach, guck mal. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Oh, mich haben wir jetzt hier. Alter, aber die Lenkung ist auch total, ne? Das läuft immer 100 zu 1 cm am Lenkwinkel. Willst du? Ja, wenn du die Kugel-Unauflenkung vorher mal gelenkt hättest, dann wird's der Backfit-Up-Wähling drin. Haben wir Stellen, die thermisch problematisch werden? Wo du sagst, hey komm, da ist eine Gummi-Dichtung... Wir gehen sehr nah am Lenkgetriebe vorbei teilweise. Das würde ich auf jeden Fall einpacken, so oder so. Das ist ja schon viel, was Hitze erzeugt und so, ne? Das ist schon so richtig gebündelt da. Auf einer anderen Drusselklappe hier, ne? Ja, ja. Weil ich musste leider so hochgehen, weil ich dachte, ich komm mit dem Rohrchen noch weiter durch. Deswegen bin ich mit dem so hochgegangen. Weil ich musste ja ausholen. Ja, wir heben den auch. Aber hast du denn ein bisschen Spaß dran? Ehrlich jetzt? Ja, ja klar, raus, aber ne? Bitte? Eine Herausforderung. Ja, voll. Aber nochmal brauche ich's nicht, wenn ich ehrlich bin. Nicht in dein Klasse. Der beste Teil war es, der den Liga-Roschen-Anime aufgeladen hat. Warst du das? Ja, ja. Das war der Gäste. Das stimmt. Merkt euch diesen Anblick, ne? Also wir hoffen wirklich, dass das Auto gut will. Der hat sich eingebrannt, den brauchst du nicht merken. Der Anblick, ne? Amando, guck mal. Scheiße. Ja, die sind nicht fest, die Krümmern, ne? Also deswegen sind die ja so waffelig drin. Warte, lass mal weiter nach unten, ey. Nee, nee, das können wir ja hier. Genau, da oben ist noch eine Schraube im Weg. Und dann gehen wir hier weg direkt. Ganz ehrlich, ich hab grad ein bisschen das Bedürfnis, mich zu entschuldigen, weil die Ideen von mir so bescheuert sind. Bist du bescheuert? Du hast doch die ganze Zeit gewartet. Nein, das mein ich nicht. Aber so ein bisschen hab ich so auch... Weil es ist ja alles Custom. Der TÜV wird sich freuen. Der wird sich denken, geil, Cremo. Ähnlich mehr was zu tun. Weil wir hätten ja auch einfach den 500e restaurieren können als 500e. Mit dem Getriebe dann da dran schieben. Ja, Mann. Also schon. Also schon in Stufe. Und wenn das so klingt wie in diesem Video, was alle kennen, ne? Nein. Weil wir halt Katz und so. Aber die Klangart, die wird kommen. Die wird kommen. Ja, mega. Achso, und um halt die Rohre hier auszubauen, musst du den Ölpeilstab ausbauen. Wie das? Du musst den Ölpeilstab hier ausbauen. Ja. Damit du den da rausziehen kannst. Ja, okay. Ja, das ist ja nur eine Zehnere unten, ne? Ja. Und da oben die, ich glaub, Vierer im Bus. Ja, ja. So ein bisschen war auch immer geil, diese Hürde, bevor der Krümmer kommt, dass man... Ja, warten wir uns auf den Krümmer, weißt du, sonst würden wir ja sofort fertig sein. Moment, warte jetzt, wenn der Krümmer fertig ist, jetzt schießt ihr nicht so. Okay. Okay, jetzt scheiße war. Jetzt geht's wirklich los. Armando. Ja? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Der geht schon. Was machen wir da? Hilfst du's jetzt? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich steh hier vor diesem Haufen. An diesem würde ich ein paar Schrotter anrufen. Kalender, Kühler. Ne, ihr könnt uns ja mit der Krümmer-Geschichte noch rauszögern. Wir müssen auf den Krümmer warten, schickst du erstmal weg zum Isolieren. Dann hast du nochmal zwei, drei Wochen Zeit. Ich hätte den... Wir können den nicht so isolieren, dann passt der nicht mehr rein. Die Rohre sind zu nah. Das baut zu doll auf. Wir müssen den... Ja, aber du kannst ihn ja da anzeichnen, dass er da keine Dämmwolle reinmachen soll. Weißt du, die Folie baut er nicht auf. Also würdest du den wirklich so isolieren? Ja, auf jeden Fall. Alles was geht. Immer. Der bringt mich doch auch wieder um. Ja und, ich kenn den. Der hat Bock drauf. Der schaut mir jeden Tag. Der ist wirklich ein sehr, sehr geiler Sohn. Wirklich brutal. Du kannst dir mal schreiben, ich pack das alles ein. Ja, entspann dich. Du willst das nicht einpacken. Nee, genau. Du willst das gleich einpacken. Mehr Platz machen dafür. Ja. Boah, das ist so nah. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Also ich weiß nicht, wie du das vorstellst. Du kannst du die Dämmung da weglassen an den Sternen. Genau. Du musst alles anzeichnen. Aber da hast du ja hier mindestens... Das ist ja wie ein Stachelstein halt. Da hast du ja mindestens 20 Stellen. Hier nicht, da nicht und da nicht. Hier ein Zentimeter nicht und da rein. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass wenn es ein bisschen eingedrückt ist, es ist halt auch nicht so dramatisch. Jetzt weißt du? Ist immer noch besser als gar nicht. Ja, aber eingedrückt geht ja gar nicht, weil es passt ja jetzt schon kein Sack da zwischen. Weißt du? Also du kannst, das geht ja nicht. Ja, okay. Also du meinst Getriebe, Kadern, dass wir mechanisch fertig sind. Und dann machen wir, würde ich vorschlagen, Motor raus. Nee, wollen wir nicht einmal den Kabelbaum reinlegen? Wofür? Du hast noch nichts, was du anschweigen kannst. Und dann lackieren. Also ich glaube, wenn er lackiert ist, wird die Stimmung besser. Ja, aber auch. Weil das sieht halt schon so dramatisch aus. Das sieht halt wirklich dramatisch ultra scheiße aus. Ich glaube auch für jemanden, der es nicht macht, ist aber das Lackieren der größte Step, wo du dann sagst, boah, ist gar nicht mehr so schlimm danach. Stimmt, ja, ja. Weil dir so der Überraschungseffekt am größten ist, ne? Aber ist es. Ist auch so. Wenn er lackiert ist, ist er nur, dann ist das nur mit schöner Farbe außen. Aber Mittelkonsole ist bitte noch ein Thema. Ja, aber dann ist halt schon echt Motivation hoch, finde ich. Weil wenn das so alles so frisch und neu ist und so, hast du richtig Bock. Ja, das stimmt. Die ganzen Achsen, die ganzen Gummis. Das ist echt Abfuck. Ja gut, wir machen mal weiter. Ich danke dir von tiefstem Herzen. Gerne. Also das meine ich tot ernst, weil das ist, ich weiß nicht wie ein Empfindenbild der das macht. Ja. Da muss man so aussehen wie du. Was negativ wahrscheinlich klingt. Nein, aber man muss einen weg haben. Das ist ja dein Problem. Du sagst ja zu allem ja. Ja klar. Du kannst doch genauso wie ich nein sagen wie ich. Nein. Ja, okay. Komm doch an. Bei dir ist es schon so, du kennst das Wort gar nicht. N-E-I-N. Nein, nein, nein. Genau. Weil ich, man könnte auch sagen, kannst du mir einen Krümmer bauen, der von hier bis zum Mond geht? Da würdest du erst mal sagen, ja. Ja klar. Aber hast ja keinen Raum schattet, erst mal in die Ober- oder hochziehen. Da scheitert es ja auch. Du ja. Musst du ja machen. Muss ja. Ja okay, dann muss ja gehen. Muss ja gehen. Mit einpacken oder ohne? Oh, hier oben ist kalt. Okay. Fühlt sich irgendwie nicht so gut an wie ich dachte, wenn er wieder da ist. Ernsthaft, fühlt sich irgendwie schlechter an. Amandus tut mir leid. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Die Idee ist, dass der… Das Schlimmste ist doch schon vorbei. Da hast ja recht. Das Schlimmste ist vorbei. Es sieht halt wirklich extrem, ich will auch nicht übertreiben, es sieht einfach extrem scheiße aus. Aber das Schlimmste rostet es weg, Motor ist drin, Getriebe passt dran, Getriebe adaptiv und das ist auch nicht so schlimm. Aber das Schlimmste ist halt passiert. Aber du stehst halt nach der ganzen Zeit, das kennen wir Mimosen hier nicht, stehst du immer noch vor dem Haufen Nägel. Weißt du was? Das längste Projekt war bis jetzt… Der hier? Super. Ja, der ist es jetzt, aber davor. Davor war es Supergolf. Ja, das stimmt. Der sieht immer noch aus wie der Rucker raus. Weil wir jetzt wieder neu anfangen. Okay. Aber trotzdem ist das hier schon echt Highlight. Wir machen Feuer und sprechen uns gleich nochmal. Bis gleich. Es geht Mäusekin. Es geht wieder. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Dann war ich im Urlaub und dann warst du krank. Glaub mir, das kannst du einfach mal scheiße. Das ist so ein Mikro, Alter. Ich habe ein Downsizing gemacht so ein bisschen. Warum? Weil der andere Riko hat Probleme. Kannst du mich gut hören? Ja. Was sind die Probleme? Haben wir neu bestellt schon? Rauschen. Haben wir es in einem Video drin irgendwo? Müssten wir gucken, bestimmt. Oh oh. Okay. Das Video ist etwas kürzer. Wir haben uns überlegt, wir wollen nicht einfach so Ende machen, sondern ich sage eben noch Tschüss. Tschüss. Na. Also. Bitte nicht zum Lachen bringen. Okay, gut. Wir sind jetzt soweit. Also Motor ist wieder draußen. Der Krümmer ist auf dem Tisch. Der Krümmer passt. Wir mussten ein, zwei Rohre nochmal ein bisschen modifizieren, weil uns das einfach dann doch zu kriminell eng war. Für dieses sportliche Ziel einen Long Tube Krümmer in einem 500e zu haben mit V12 handgeschaltet. Das haben wir gemacht. Das heißt, das Krümmer ist nochmal hier und da modifiziert. Aber da wir sowieso so viel Rohrdurchmesser haben. Also wir haben jetzt modifiziert, weil der noch verpackt wird oder aus welchem Grund? Erstmal wirklich modifiziert, weil wir einfach mehr Platz haben wollten. Weil ich möchte, dass so ein Mercedes einfach nicht, wie wenn wir so eine Rennsemmel bauen, mal hier und da der Krümmer mal berühren kann. Sondern das soll wirklich komfortabel, perfekt fahren. Also Innenraum. Genau. Innenraum. Luxuriös. Gediegen. Elegant. Das wird ja sehr bestimmt. Adäquat. Das wird ja auf jeden Fall. Und deswegen haben wir den Krümmer halt nochmal so ein bisschen modifiziert, dass mehr Raum da ist. Das haben wir einmal gemacht. Dazu kommt, dass wir den Wagen, wie man gerade sehen kann, massivst vorbereiten für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist Farbe. Und dann wird auch dieses Fahrzeug deutlich attraktiver sein. Das Auto wird ein Auto werden. Weil, wie wir alle wissen, dieses Auto einfach aus wie ein Haufen Scheiße. Und was ich möchte ist, was mein Hauptziel ist, dass dieses Auto so schön wird, wie Jimmys Birkenstocks. Das ist... Okay, Armando. Okay, okay, okay. Armando so. Das ist topisch. Meine Arbeitssandalen sind tausendmal besser. Das Birkenbettel. Auf jeden Fall. Das ist der nächste Schritt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrere Male gesagt. Das ist das Anstrengendste mit Abstand und das Nervenraubendste Projekt. Was diese Firma jemals gemacht hat? Bis wann sollte es nochmal fertig sein? Deine Mutter soll fertig sein. Äh, es ist eine Motor Show. Wir haben heute den 5. September. Und Sportlich. Da hat einfach dein Maul. Tschüss.